Unter Volkswehr werden im Allgemeinen militärisch organisierte, bewaffnete Verbände wie eine Miliz- oder eine Bürgerwehr verstanden, die, wie schon der Name zum Ausdruck bringt, der Volkssouveränität unterstehen, die Idee der Volkswehren in der Märzrevolution von 1848. Während der Märzrevolution von 1848 wurden Forderungen nach allgemeiner Wehrpflicht, Volksbewaffnung, kommunal aufgestellten Volkswehren mit freier Wahl ihrer Führer- und regionalen Militärschulen erhoben. Seine Wurzeln hat der Volkswehrgedanke in der Französischen Revolution, als im Bedarfsfall die Nationalgarde mit aufgebotenen Bürgerwehren aufgestockt wurde. Die Volkswehr entsprach im Wesentlichen der während der Märzrevolution herausgebildeten Organisationsform. Mehrere entsprechende Volkswehrenwürfe wurden in der Frankfurter Nationalversammlung und in der Preußischen Nationalversammlung eingereicht. Unter anderem die Tschadwaldeck vom 26. Juli 1848 und der Entwurf zu einem Wehrgesetze auf den Grundlagen der Gemeindeordnung vom 10. August 1848. Die Forderung nach einer Volkswehr, die mit Bürgerwehren nichts zu tun hatte, weil sie auf einer vollkommen anderen ideologischen Basis und daraus resultierend einem völlig anderen Staatsverständnis beruhte. Nämlich jenem der Volkssouveränität tauchte aus der Arbeiterbewegung aber auch vereinzelt aus dem Militär auf. Zwischen November 1848 und Februar 1849 kam es daher zu mehr als 300 Militärgerichtsverfahren. In Pillau wurden vier Offiziere zu drei Jahren Festungsscheft verurteilt, weil sie einen entsprechenden Antrag an die Nationalversammlung unterzeichnet hatten. Zu den bekanntesten Offizieren, die für die Volkswehr eintraten, gehörte auch Wilhelm Rüstow. Auf Drangen des preußischen Königs Friedrich Wilhelm IV. wurde er am 6. August 1850 in Abwesenheit schließlich zu 31,5 Jahren Festungsscheft verurteilt. In seinem im Dezember 1849 erschienenen Buch Der deutsche Militärstaat vor und während der Revolution unter Mauer Drüstow die Idee einer Volkswehr, die er im Schweizer Exil mit anderen zusammen unter anderem Emil Roadplatz in der Schweizer Armee umsetzen konnte. In Deutschland und Österreich wurde die Idee der Volkswehren von Monarchen und oberen Militärs auf das Entschiedenste bekämpft und verfolgt sowie erforderliche Heeresreformen aus Furcht davor verschleppt. Schließlich gehörte das Militär zu den Königsrechten, von denen man nichts an das Volk abtreten wollte. Das sollte erst nach dem Ersten Weltkrieg möglich sein. In einer demokratischen Republik ist nämlich das Volk der Souverän und nicht ein König oder irgendeine Dynastie. Daher hat auch das Staatsvolk selbst über sein Heer, wie es etwa in der Schweiz schon seit Jahrhunderten der Fall ist, zu entscheiden. Die Volkswehren tauchten deshalb erst wieder am Ende des Ersten Weltkrieges im Rahmen der Novemberrevolution und der Münchner Räterrepublik. Als die monarchische Gewalt bei den Kriegsverlierern keinen Einfluss mehr hatte, allerdings nur für kurze Zeit wieder auf. Zunächst befürchteten die Siegermächte nämlich eine gewaltige Steigerung des Militärpotenzials der Kriegsverlierer durch die Volksbewaffnung und wollten daher einem naheliegenden Rewasche-Krieg schon von vornherein die Basis entziehen. Anschließend war es dann der Faschismus, der sich, wie das Beispiel Spaniens, aber nicht nur dieses zeigt, als Platzhalter der monarchischen Systeme verstand und daher die Verfügungsgewalt über das Heer für sich und seine Führer beanspruchte. Auf diese wurden dann, wie etwa auf Adolf Hitler oder Francisco Franco, die Soldaten persönlich vereidigt. Bei der demokratisch-republikanischen Volkssouveränität kann es naheliegend derweise keinen persönlichen Eid geben, sondern ein Gelöbnis auf die Republik, wie es heute auch in Österreich der Fall ist. Da aber umgangssprachlich auch in demokratisch-republikanischen Staaten häufig immer noch von der Vereidigung der Soldaten gesprochen wird, sind die Unterschiede zwischen dem Eid auf eine Person und einem Gelöbnis auf eine staatliche Institution wie etwa die Republik Österreich noch immer weitgehend unbekannt. So hätte Hitler die neue Wehrmacht niemals durch einen persönlichen Eid an sich binden dürfen. Verfassungskonform wäre ein Gelöbnis auf die Weimarer Republik gewesen. Die deutsch-österreichische Volkswehr 1918 bis 1920 Die deutsch-österreichische Volkswehr war das erste provisorische Heer der Republik Deutsch-Österreich. Das in Spitzenzeiten an die 50.000 Mann starke Übergang schier, bestand aus Teilen der ehemaligen österreichisch-ungarischen Armee, die den Krieg zum Teil im Hinterland erlebt hatten und aus freiwilligen Kriegsheimkehrern, die im Mannschaftsstand meist dem sozialistischen Lager angehörten. Es dienten aber auch viele adelige Offiziere wie etwa Theodor Körner, Edler von Siegringen, Erwinlerhausen wie Vremont und viele andere in diesem ersten provisorischen Heer der damaligen Republik Deutsch-Österreich. Eine Stärke dieser Volkswehr war, dass sie mehrheitlich aus voll ausgebildeten Soldaten bestand, deren überwiegender Teil noch dazu über mehrjährige Fronterfahrung verfügte. Somit war sie wesentlich kampfkräftiger als ihr das eine spätere ideologisch determinierte Geschichtsschreibung zubilligen wollte. Ihre besondere Schwäche allerdings war ihre, durchaus zeitbedingte, teilweise krasse Disziplinlosigkeit, die erst allmählich durch ein Dienstreglement gemildert werden konnte. Dies war vor allem das Verdienst des damaligen Staatssekretärs für Heereswesen, Julius Deutsch und seiner leitenden Mitarbeiter. Darunter die obersten Theodor Körner und Karl Schneller. Oberkommandierender der Volkswehr war Feldmarschall-Leutnant Adolf von Burg. Ein schon in der Monarchie wegen seiner Eigenwilligkeit umstrittener Offizier. Am 8. November legte er sein Gelöbnis ab als deutscher Mann in heißer Liebe für mein deutsches Volk. Und bei seiner staatsbürgerlichen Ehre als deutscher Bürger und Soldat. Er war also Oberkommandierender der deutsch-österreichischen Volkswehr und gleichzeitig deutscher Bürger und Soldat. Er musste aber schon 1919 zurücktreten, da er neben der Volkswehr sieben geheime Offiziersregimente aufgestellt hatte. Mit diesen wollte er in Deutsch-Westungarn, dem heutigen Burgenland, einmarschieren. Noch schlechtere Bedingungen für Österreich bei den Friedensverhandlungen von 1920 wären die Folge gewesen. Auch wenn die Siegermächte schon aus sprachlichen und vielen anderen Gründen nicht abgeneigt waren, Deutsch-Westungarn-Österreich zuzusprechen. Aber eben im Rahmen von Verhandlungen und nicht im Zuge neuer Kämpfe. Auch Soldaten aus dem Unteroffiziersbereich konnten in der Volkswehroffiziere, nämlich Volkswehrleut nannte werden. Der spätere Gauleiter von Niederösterreich Hauptmann Josef Leopold war einer dieser ursprünglich 107 Volkswehrleut nannte. Die ideologische Zuordnung der Volkswehr ist schwierig, weil sie unter anderem auch ein Arbeitsbeschaffungsprogramm für Kriegsheimkehrer war. Viele traten auch wegen des guten Soldes immerhin das Dreifache eines Arbeiterlohnes und wegen der sicheren Verpflegung ein. Waren also keineswegs primär ideologisch motiviert, hervorgegangen aus einer Geheimorganisation innerhalb der K.U.K. Armee entwickelte sich diese Rumpfarmee in den einzelnen Bundesländern völlig unterschiedlich. Aber immer den jeweiligen politischen Verhältnissen des Heimatbundeslandes angepasst. Stärkste Teilorganisation war die Wiener Volkswehr, da damals die Bundesländer Wien und Niederösterreich noch nicht voneinander getrennt waren. Folgerichtig gliederte sie sich auch in die Befehlsbereiche Wienstadt und Wienland, auch als Wienprovinz bezeichnet. Auch ideologisch gab es Unterschiede zwischen den einzelnen Landesorganisationen. So schloss man in Oberösterreich direkt an die monarchistische Tradition der Habsburger Armee an. In Wien lag man jedoch strikt auf republikanischem Kurs. Zu bewaffneten Einsätzen teils gemeinsam mit Einheiten der paramilitärischen Heimwehr kam es beim Kampf um Kärnten 1918-19. Wo diese deutsch-österreichische Volkswehr als offizielles Herr der Republik unter dem Kommando des späteren Wiesekanzlers Oberstleutnant Ludwig Hülgert die offizielle, staatliche Trägerin dieses Abwehrkampfes war und bei der Niederschlagung des Aufstands der kommunistischen Roten Garde unter der Führung des damaligen Oberleutnant Segon Erwin Kisch am 12. November 1918 in Wien. Diese deutsch-österreichische Volkswehr vereitelte auch 1919 am Gründonnerstag und am 15. Juli zwei weitere kommunistische Umsturzversuche und verhinderte so in Wien die Errichtung einer Räterrepublik. Die Volkswehr in den Bundesländern Die Volkswehr Wien-Stadt gliederte sich in sechs Unterbefehlsbereiche, nämlich die Kreise A bis C und Arsenal. Mit Stichtag 11. Jänner 1919 verfügte sie über 35 Bataillone mit einem Gesamtstand von 18.929 Mann. Der Befehlsbereich Wien-Land, auch Wien-Provinz genannt, gliederte sich in fünf Kreise und zwar in den Kreis I mit dem Kommando in Krems an der Donau und den Bataillonen in Krems, Münd und Weidhofen. Den Kreis II, Kommando in Gensandorf mit den unterstellten Teilen in Floridsdorf, Konneuburg und Stockerau. Den Kreis III mit dem Kommando in Hietzing. Zwei Bataillonen in Wiener Neustadt und eines in Neunkirchen und den Kreis V mit dem Kommando in St. Pölten, wo auch zwei Bataillone garnisonierten. Das dritte war in Melk stationiert, der Kreis Deutsch-Südmeeren bildete das letzte Organisationselement, Kreis IV blieb aber Fragment. Am 1. April 1919 wies der Befehlsbereich Wien-Land einen Verpflegungsstand von 12.867 Mann auf. In der Salzburger Volkswehr sollten nach einer Einigung zwischen Offizieren und Mannschaften sogar die Dienstgradabzeichen abgeschafft werden, was durch das Staatsamt aber nicht genehmigt wurde. Der Befehlsbereich Salzburg, der bis zum 29. März 1919 dem Tiroler Landesbefehlshaber unterstand, verfügte über die Volkswehrbataillone I-III in Salzburg statt. Dazu kam noch eine Trossstaffel, ebenfalls in Salzburg, sowie eine zwei Kompanien starke Wachabteilung in Hallein. Der Gesamtstand betrug Ende Dezember 1929 Offiziere und 1917 Mann, die überwiegend in der Grenzüberwachung eingesetzt waren. In Oberösterreich, das erst seit 1. Jänner 1919 einen eigenen Befehlsbereich bildete, gliederte sich die Volkswehr in vier Unterbefehlsbereiche und zwar in den Kreis Linz. Der unter anderem neben zwei Bataillonen auch über eine Marineabteilung, eine Fliegerstaffel, eine Trossstaffel, eine Kraftfahrertruppe sowie die Saper-Hills-Kompanien I und II und die Eisenbahn-Kompanie Wegscheid verfügte. Dem Kreismühlkreis unterstanden die Bataillone in Freistadt und Rohrbach sowie die Kompanien in Perk und Leonfelden. Der Traunkreis verfügte über die Bataillone Wels, Wöckler, Bruck, Scherding sowie die Kompanien in Gemunden, Everding und Grieskirchen. Der Kreis Steyr bestand aus den Bataillonen Steyr I und II. Die oberösterreichische Volkswehr erreichte am 31. Dezember 1918 mit 263 Offizieren und 8.963 Mann ihren Höchststand. Der Kreis Deutsch-Südböhmen wollte sich zunächst Oberösterreich anschließen. In Folge der raschen Besetzung durch tschechisches Militär, der kein Widerstand entgegengesetzt wurde, mussten schon Mitte Dezember 1918 die Ersatzbataillone der ehemaligen Regimenter 93 und 99 nach Mauthausen und Mistelbach zurückgenommen werden. Da sie Flüchtlingsstatus hatten, wurden sie zwar formell in die Volkswehr eingegliedert, um ihre Versorgung sicherzustellen. Sie waren jedoch ebenso wie das Deutsch-Südmeerische Bataillon nicht für eine militärische Verwendung vorgesehen. Damit war der Böhmer Waldgau für Deutsch-Österreich endgültig verloren. Im hochkonservativen Tirol brachte man der Volkswehr aus politischen Gründen starke Resetimas entgegen. Daher wurde auch nicht in jedem Bezirk ein eigenes Bataillon aufgestellt. Anfang Dezember 1918 bestanden daher lediglich das VWBI mit drei Kompanien in Innsbruck. Das zweite VWB mit zwei Kompanien ebenfalls in Innsbruck und einer in Hall, die VWB Schwarz-Kitzbühel, Landeck und das Volkswehrkommando in Lienz. Das lediglich aus einer selbstständigen Kompanie gebildet wurde. Ende Dezember 1918 erreichte auch die Tiroler Volkswehr ihren Höchststand mit insgesamt 2460 Angehörigen. Schon am 23. Dezember war durch die Tiroler Landesversammlung einherrlich der Abbau der Volkswehr beschlossen worden. Man wollte also das politisch höchst ungeliebte Kind so rasch wie möglich wieder loswerden. Weswegen der Abbaubeschluss noch vor der einschlägigen Weisung aus Wien erfolgte. Auch in Vorarlberg blieb die Volkswehr militärisch und politisch bedeutungslos. Sie bestand lediglich aus einem Bataillon in Bregenz und Kompanien in Feldkirch, Bludens und Lustgenau. Mit Jahresende 1918 erreichte auch sie ihren Höchststand mit 24 Offizieren und 933 Mann. In Kärnten ging der Aufbau der Volkswehr infolge der slowenischen Bedrohung besonders rasch vor sich. Schon Anfang Dezember 1918 standen etwa 2500 Mann zur Verfügung. Die Kärntner Volkswehr verfügte neben sechs Bataillonen und vier selbstständigen Kompanien auch über eine aus 14 Maschinen bestehende Fliegerstaffel. Unter dem Kommando von Hauptmann Ilham, die Volkswehr Marinekompanie Welden und die Volkswehrartillerieabteilung Klagenfurt, die aus zwei Feldkanonen Batterien, einer Haubitzenbatterie und einer Flakbatterie bestand. Auch einige Panzerautos und ein aus zwei Waggons bestehender, mit Maschinengewehren armierter Panzerzug, waren verfügbar. Gemeinsam mit den Heimwehren und unterstützt von Volkswehrjägern des Tiroler Halbbataillons, Hauptmann von Dragoni und Teilen der Wiener. Volkswehrartillerie gelang es in Kärnten, durch einen entschlossen geführten Abwehrkampf eine Volksabstimmung über die Landesgrenzen zu erreichen. Völlig anders als in Kärnten dachte und handelte man in der Steiermark. Hier lag man voll auf der Linie der Bundesregierung, die die Friedensverhandlungen, von denen sie sich die Lösung der Grenzprobleme versprach, nicht durch Abwehrkämpfe gefährden wollte. Darüber hinaus vertrat die Regierung die Ansicht, dass die Chancen Deutsch-Österreichs für einen Anschluss an die Weimarer Republik am günstigsten wären, wenn der neue Staat möglichst klein sei. Da die Siegermächte einen relevanten territorialen Zugewinn des Kriegsverlierers Deutschland niemals zulassen würden. Der kampflose Verzicht auf staatliches Territorium sollte deshalb nach der unzutreffenden Ansicht der deutsch-österreichischen Bundesregierung die Siegermächte für den Anschluss Gedanken gewinnen. Dies erklärt auch, weshalb die Grenzkämpfe durch die Regierung nicht oder wie in Kärnten zunächst nur sehr zögernd unterstützt wurden. Am 1. November 1918 begann mit dem Überfall auf Marburg die systematische Besetzung der Südsteiermark durch südslawische Truppen. Der aufgrund der eben dargestellten Strategie kein Widerstand entgegengesetzt wurde. Daran konnte auch der Marburger Blutsonntag am 27. Jänner 1919 nichts ändern, obwohl slowenische Soldaten eine Demonstration mit Gewalt auflösten. Wobei es zahlreiche Tote gab, am 28. Dezember 1918 wies die steirische Volkswehr einen Stand von 181 Offizieren und 6443 Mann aus. In Graz waren bis zu diesem Zeitpunkt die Bataillone 1 bis 3 und 9 bis 11 mit einer durchschnittlichen Stärke von 400 Mann aufgestellt worden. Das Technische Bataillon, das Trennbataillon, die berittene Volkswehr und die Volkswehrartillerieabteilung mit acht Geschützen garnisonierten ebenfalls in der steirischen Landeshauptstadt. Weitere Bataillone waren in Leibniz, Brug, Judenburg, Leoben und Deutschlandsberg aufgestellt worden. Diese Verbände wurden vor allem im Grenzschutz gegen Ungarn und gegen kommunistische Unruhen in Graz eingesetzt. Ein Gegenangriff gegen die slowenischen Besatzer in der Untersteiermark wurde durch Dr. Deutsch am 10. Februar 1919 telefonisch ausdrücklich verboten, um die Friedensverhandlungen nicht zu gefährden. Wertvolle südsteirische Gebiete gingen damit für immer verloren. Das Ende der Volkswehr und seine politischen Folgen. Da durch den Vertrag von Saint-Germain-Onlay nur die Errichtung eines Berufsheeres von 30.000 Mann gestattet wurde, fand die Volkswehr keine Fortsetzung mehr in der Ersten Republik. Hauptgrund für die ganz besonders von den Italienern betriebene Abschaffung der Volkswehr war deren Angst. Die Volkswehr könnte für die Rückeroberung Südtirols eingesetzt werden. Gerade das Tiroler Volkswehrbataillon Hauptmann von Dragoni hatte sich im Kärntner Abwehrkampf etwa bei der Rückeroberung des Karawankentunnels extrem bewährt, so dass man von italienischer Seite bestrebt war, diese Gefahr von vornherein zu bannen. Stattdessen wurde seit 1920 ein militärisch inferior schwaches oktroyiertes Bundesheer organisiert, das durch den neuen Verteidigungsminister Kai Wauguin mit dienstlichen Mitteln radikal umpolitisiert wurde, bis das ideologisch monokulore Heer des austrofaschistischen Ständestaates entstanden war. Viele der damals aus dem Heer gedrängten ehemaligen Volkswehrmitglieder schlossen sich daraufhin dem 1924 gegründeten Sozialistischen Republikanischen Schutzbund an. Zwei militärische Formationen, nämlich Bundesheer und Schutzbund, waren somit entstanden, als dritte gesellte sich rasch die Heimwehr dazu. Dadurch waren dann die ideologischen Gegensätze nicht nur politisch vorhanden, sondern auch militärisch klar manifestiert und operationabel. Damit lagen tragischerweise auch die Voraussetzungen vor, diese innenpolitischen Gegensätze militärisch austragen zu können. Wie etwa im Februar 1934, wovon Adolf Hitler und seine Nationalsozialisten in jeder Hinsicht enorm profitierten. Obwohl der Naziputsch im Juni 1934 durch das Bundesheer, die Polizei und die Gendarmerie noch niedergeschlagen werden konnte. Denn unter den gegebenen Konstellationen Österreich nicht nur politisch uneinig, sondern noch dazu militärisch in drei, wenn auch ungleich starke Lager gespalten, war es nur eine Frage der Zeit. Bis das Land Hitler als leichte Beute in die Hände fiel, war es dann soweit. Das Bundesheer leistete keinen Widerstand gegen den Einmarsch der deutschen Wehrmacht und auch Bundeskanzler Kurt Schuschnigg, der verhaftet wurde, bildete keine Exilregierung im Ausland, damit war Österreich Teil des Deutschen Reiches geworden. Museale Rezeption Im Wiener Heeresgeschichtlichen Museum ist die Figurine eines Oberleutnants der deutsch-österreichischen Volkswehr ausgestellt. Daran ist ersichtlich, dass sich die Uniformierung der Volkswehr aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Situationen, bis auf die nunmehr auf den Ärmeln angebrachten Dienstgradabzeichen, kaum von jener der KUK, Armeeunterschieden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017